So Freunde hallo hier ist der Teezy zurück zu einem weiteren Let's Play mit unserem kleinen Gummo. Der schläft. Erst springt er alles in die Luft, dann schläft er. So machen wir das ja auch immer. Ne sind wir natürlich nicht. Also wir haben hier eine Disc reingesteckt beim letzten Mal, das Ding ist explodiert. Warum auch immer, das Förderband läuft. Ich könnte vermuten wir sollten da jetzt hoch. Ich hoffe. Nicht dass wir da in so einen Schredder geraten. Wahrscheinlich wird er jetzt auch mit angesaugt. Aber er wurde nicht vermessen. Na gut, die Maschine ist auch kaputt. War ja klar. Oh 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 ohauer Alte Schwede. Don U? Kommt der nächste Sauger hier wahrscheinlich oh 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 oh. Was ist das? Der Washmaster 3000. Und wieso ist das Rohr hier kaputt? Slow motion, ich muss ausweichen. Yeah, Matrix Trick 3000. Super. Alter, geh mal weg da. Setz den Helm auf. Da ist tatsächlich Wasser drin. Und jetzt auch nicht, ich muss das Ding da auch hinkriegen. Hä? Also ich war das jetzt nicht. Warum liegt der den denn da hin? Ist das ein Knibbel oder was? Oder ist das eine Tür? Ich hab ne schlimme Inventar. Nix in der Inventar. Tori. Mann, die Starttaste nicht gedrückt. Egal. Holen wir nach. So. Mh, 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 Mh. So, Stein geht nicht mehr. Anlage geht nicht. Gut, gehen wir mal gucken. Vielleicht können wir jetzt das Knüppchen da drücken. Ja. Äh, wozu waschen die Steine? Verstehe ich nicht. Das verstehe wer will, liebe Leute. So, da schließt er nicht ein oder was? Ich schlafe hier gleich ein. Ja, siehste. Ich wollte grad sagen. Muss man das jetzt irgendwie... Oder kann ich das manuell... Geh das jetzt auf? Alter, willst du nicht verkackeiern? Hä? Nochmal. Geh nochmal zur Tür. Waschmaschinen hat ja nix gebracht. So, nix im Inventar. Wart war dit? Wart war... Dit 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 dit. Dit 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 dit. Ok, geht nicht. Aber hier ist auch nix. Ich kann nichts vom Stein. Ich klicke hier wie blöde. Ok, ich wusste also damit was zu tun haben. Ich lass den einfach mal ein bisschen laufen. Also das Maschinchen hier, ne? Wurde aber auch nicht schneller, ne? Was hat denn das hier mit den Leuchten auf sich? Gar nix. Man kann doch nicht rüber gehen. Also kann hier rüber gehen. Oder da rüber. Na, ganz ehrlich. Wieso sehe ich denn wieder die Lösung nicht? Verdammt. Gomo, hilf mal hier. Hilf mal. Mach mal auf die Tür hier. Deine Spaghetti-Arme. Also mehr seh ich hier aber auch nicht. Jetzt sag nicht, ich kann in die Tür reingehen. Hey, was denn das? Hab ich gar nicht gesehen. Alter, wie kann man da so Spinnweben hinhängen da? Am seidenen Faden sozusagen. Halt. Vielleicht am Stein. Halt. Den Stein anbitten. Leuchtet auf. Leuchtet auf. Hä? Hallo? Hab ich da gar nicht ran... Hallo? Ich hab den Stein angeklebt. Halt. 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 Wer arbeitet doch bestimmt an einer in der IT, ne? Schreibt es mal in die Kommentare, wer von euch in der IT arbeitet. Mich interessiert das ja auch immer das Thema. Hab ja mal wirtschaftsinformatik angefangen zu studieren und dann abgebrochen. Wegen verschiedener Gründe. Einfach aus Gründen. So, wir haben also einen Schlüssel. Der Spinn will nicht mit uns reden. Das ist wahrscheinlich die Zeichnung vom IT-Chef. Hä? Alter, wenn die dich damit erwischen, kriegst du eher... Okay. Ja, hm, und nun? Also geht nicht. Also ich hab einen Schlüssel, dann gehen wir erstmal nach unten. Ja, guck mal hierher. Alter, komm ich. So, zack. No, schmeiß ihn weg. Zack. Das kann nicht gesund sein. Komm. Bssst. 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 Nochmal. Doch. Doch. Alter, fass da an. Nicht. Okay, warte mal. Dann vielleicht damit. So. Oder auf den Bauch. Okay. Das ist es wohl nicht. Er will da einfach nicht anfassen. Aber, ähm. Da hab ich doch schon wieder keine Option. Keine Option ist. Was? Achso, doch. Wer mit der Strom. Aha. So, komm, geh mal rein da. Oder? Ist das hier ein versteckter Fahrstuhl oder was? Mitten in der Bude. Und das soll der Schalter sein wahrscheinlich. Woher weiß der das? Alter, woher weißt du solche Sachen? Aha. Und wie wir es jetzt drücken? Mit der Nase oder was? Oh, ein Scanner. Das geht wahrscheinlich nicht. Weil. Ja. Hier Keule. Klop. Das ist ja total fälschungssicheres Passwort hier. Voll biometrisch geschützt. Und das hängt auch noch im Serverraum aus. Nö, ist richtig. Aber funktioniert, ne? Im Grunde ja egal. Puste-Button. Na, wer kennt hier noch Sugar Vapes? Gute Musik. Alter. Hä? Hatten die das in ihrer Videobotschaft gesagt, dass sie sowas haben wollten? So. 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 Knüppchen. Wenn ich da rangehe, geht wahrscheinlich der Alarm los. Also gehen wir mal weiter. Gehen da. Der ist gar nicht so doof. Eigentlich hat er recht. Er drückt da nicht drauf. Weil dann wahrscheinlich erst recht der Alarm losgeht. Aber ich habe noch nichts im Inventar. Also gehen wir mal da hoch. Und nehmen das Ding einfach mal mit. Klar. Das mache ich auch immer so, wenn ich in die nächstbeste Ausstellung gehe. Oh, zeigt das ja. Ich muss das Ding wahrscheinlich. Ja, ne? Pass auf. Alter, ist doch kein Shake. Nicht kuscheln. Ja, 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 ja. Wir haben das gesehen, Keule. Ja, jetzt geht das erst los. Richtig. Oh, oh, oh. Ich werde so verkacken. Was ist das für ein Wachsoldat, der da einfach nur rumsteht und nichts macht? Ja. Achso, ich kann da nicht hoch. Also gehen wir wieder runter. Und drücken wir mal den Knopf hier. Heißt das jetzt nein, oder? Intruder, Intruder, Allard, Intruder. Hm. Ne, ne? Ne, ne? Äh. Also ganz bin ich da noch nicht mit der Sache. Wurde gerade sagen, wäre wohl zu einfach gewesen, oder? Aber die Tür bleibt auf. Tür bleibt auf. Also wir versuchen es einfach nochmal. Die Tür bleibt ja auf. Na, 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 guck mal da links. Guck mal da links. Also wir müssen irgendwie den ollen Stein einsetzen für irgendwas. Sollen wir vorher blenden? Ja. Ne. Ach, das war alles? Hä? Hä? Also liebe Entwickler, ich habe einen komischen Humor, muss ich schon mal echt sagen. Naturkundemuseum. Meereskundemuseum. Genau. Alter, was kommt denn da für ein U-Boot? Hallo. Hallo. Ja, ist gut. Alles ok, Gummo. Komm, wir gehen mal in die Fahrschule, ne? Blik. minigame aber wozu was passiert nichts aber was soll ich denn einstellen ich habe keine ahnung also der zeiger schlägt jetzt die lausende zeichnet wer schlägt noch doll aus oder soll die sieben hier ein zeichen sein jetzt aufgeklebte erinnerungen aber wie soll ich hier eine sieben draus machen das verstehe ich nicht also so eine rätsel sind mir auch wirklich ein rätsel hier 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 ich bin noch mal ein tipp und ich dachte eben schon mit dem roboter dann mit der wache war schwer aber wahrscheinlich nur wieder für mich schwer hier Was könnte denn hier als Code passen? Gar nicht, ich sehe das nicht. Ich habe noch nicht erkannt, worum es hier geht, also wenn es die 7 sein soll, soll ich denn hier eine 7 darstellen, aber wie soll ich denn hier eine 7 darstellen, geht doch gar nicht. Also Freunde, ich glaube das ist gerade ein bisschen spät hier, der Teezy ist gerade ein bisschen überfordert, was soll denn da für eine Bele draus werden? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, hier kann man wieder keinen Plan. Also falls das irgendjemand erkennt, was das sein soll, dann schreibt mir das in die Kommentare, weil... wo ist denn hier, also wenn hier eine 7 darzustellen ist, wo soll die denn sein? so? Das ist doch Quark. Oder so? Nee. So auch nicht. Tja Freunde, ich würde sagen, ich mache mal eine Aufnahmepause an der Stelle hier, sonst haben wir hier Überlänge für gar nichts. Na, ich glaube ich schlafe mal eine Nacht drüber, sonst wird das hier nix. Also bis dahin, macht's gut. WaitI Z. Tschüs!